So, ihr habt teilgenommen. Was mit Autos? Wir haben nächsten Gewinner, ich ließ die Gewinner vor. Hut ab an die Leistung. Jedes Bild ist ein Unikat an sich und ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt und sehr viel gelacht. Es geht los. Also, der Phil ist dabei. Schaban, Peter, Unur, Dominik, Philipp, die Johanna, Jasmin, Pascal, Burak, Christopher, Max, Erwin, Lukas, Noel und der Alex. Ihr habt gewonnen, ihr seid dabei, ihr seid hier bei mir in Dortmund und werdet unser Race hier abfeiern. Und glaubt mir, das wird gar nicht so leicht, wie ihr denkt. Das Foto machen war leichter. Viel Spaß noch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.